Ja, hallo, ich grüße Sie ganz herzlich zu diesen etwas merkwürdigen, seltsamen Zeiten, aber es ist tatsächlich so, dass wir das erste Mal die Ereignisse nicht bestimmen, sondern dass die Ereignisse tatsächlich uns bestimmen und von daher präsentieren, werden wir Ihnen ein Programm präsentieren, das natürlich voller Überraschungen ist und durchdrängt von dem Willen und der Lust, diese Dinge zu gestalten, aber wir wissen auch ganz genau, dass bestimmte Dinge vielleicht nicht stattfinden werden oder versetzt oder später, jedenfalls ist es so, dass wir vor Überraschungen nicht gefeit sein werden. Liebes Publikum, auch von mir ganz herzliche Grüße. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, keine Premierendaten und keine Konzerttermine zu veröffentlichen, sondern heute eine rein inhaltliche Pressekonferenz zu veranstalten. Unsere wunderbaren Mitarbeiter trotzen der Pandemie mit schier unbändiger Kreativität. Deshalb werden gleich die einzelnen Vertreter der Sparten die detailreichen Programme Ihnen präsentieren. Für die Oper wird unser Chefdramaturg Uli Frey sprechen, danach folgt das Ballett mit Heather Jürgensen, dann kommt die Konzertsparte mit der Konzertdramaturgin Dr. Waltraud Anna Lach, dann das Schauspielhaus mit Jens Paulsen und schließlich das Junge Theater im Werftpark mit Astrid Großgasteiger. In der Oper Kiel haben wir fünf spannende Neuproduktionen für Sie in Vorbereitung. Da ist zum einen die bereits angekündigte Barockoper Ilkambise, geliebter Feind, die seit 300 Jahren auf keiner einzigen Opernbühle der Welt zu erleben war und die ganz besonders durch die spannende Kombination von 300 Jahre unerhörten, wunderbaren Barockklängen und einer absolut heutigen Tanzsprache besticht. Denn die Berliner Urban Dance Choreografin Anja Jadrychnikhofer hat ihr Improvisationskollektiv The Way mitgebracht und macht diese Kombination möglich. Der römische Barockexperte Alessandro Quarta kehrt nach der Aufteilung der Welt und die Krönung der Poupea wieder zurück nach Kiel und bringt wirklich Barockexperten aus Israel und Italien mit, kombiniert sie mit den wunderbaren Stimmen aus unserem Ensemble. Die Inszenierung liegt bei Joachim Radtke, einem echten Kieler Regisseur, der mit seiner Ausstatterin Lena Scherer Ihnen wirklich ein galaktisches Erlebnis bereiten wird. Galaktisch ist vielleicht auch die etwas bemühte Überleitung zur nächsten Produktion. Eigentlich wollte ich Ihnen jetzt eine Zauberflöte neu ankündigen, die in einer ganz, ganz speziellen, nie gehörten Neufassung zu erleben ist. Der meistgespielte deutsche Gegenwartsdramatiker Roland Schimmelpfennig hat auch exklusiv für Kiel eine neue Textfassung geschrieben. Freuen Sie sich darauf jetzt in der Spielzeit 2021, 2022. Sie werden das schon im Spielzeitheft lesen. Stattdessen werden wir Ihnen hier in der Oper eine Opernzeitreise ermöglichen, von Monteverdi bis Strauß über Wagner, über Mozart, Puccini, Verdi und so weiter, eine große Operngala mit den wunderbaren Stimmen aus unserem Zauberflötenensemble. Am Pult steht jetzt auch dabei wieder GMD Benjamin Reiners und der wiederum ist auch mitverantwortlich, dass einer der gefragtesten aktuellen Shootingstars der deutschen Opernregie für die nächste Produktion nach Kiel kommt. Er hat gerade den Faustpreis in der Kategorie Musiktheaterregie gewonnen und wir sind sehr froh darüber, dass Martin G. Berger zum ersten Mal hier in Kiel inszenieren wird. Ein Werk, das heute zu den absoluten Raritäten und Besonderheiten des Spielplans gehört. Vor 100 Jahren sicherlich eine der meistgespielten Opern war. Das ist das veristische deutsche Werk Tiefland von Eugène d'Albert. In Tiefland geht es um eine ländliche Gesellschaft in Katalonien, in der ein ausbeuterischer Großgrundbesitzer, Don Sebastiano, seine Müllerin und die Sintezza Marta dazu zwingt, einen Hirten aus dem Hochland zu heiraten. Das Ganze geht, wie sie sich denken können, nicht gut aus. Und diese Gemengelage aus Zwang und Gewaltausübung hat eine frappierende Analogie zur Rezeptionsgeschichte dieses Stücks. Jemand anderes als Adolf Hitler nannte Tiefland eine seiner Lieblingsopern und er selbst hat seine wiederum Lieblingsregisseurin Leni Riefenstahl damit beauftragt, mitten während des Zweiten Weltkriegs eine Verfilmung dieses Stoffes, dieser Oper durchzuführen. Dabei hat sie auch auf Zwangsarbeit rekurriert und zwar von Sinti und Roma aus einem nahegelegenen sogenannten Zigeunerlager. Auf diese spannende frappierende Gemengelage zwischen Rezeptionsgeschichte und Inhalt der Oper rekurriert die Interpretation von Martin G. Berger, auf die wir sehr gespannt sein können. Eine absolute Seltenheit, ja, vielleicht sogar Kostbarkeit des Repertoires ist auch unsere nächste Oper. Obwohl sie von einem der bekanntesten Opernkomponisten überhaupt stammt, nämlich Peter Tchaikovsky. Seine allerletzte Oper Jolanta, ein märchenhafter Operneinakter, der 1892 mit dem Nussknacker uraufgeführt wurde, ist auf deutschen Bühnen wirklich selten zu finden. Und das, obwohl er Tchaikovsky zu einer wirklichen rauschhaften Begeisterung geführt hat, anders als der Nussknacker, dem er zunächst etwas skeptisch gegenüberstand. Ja, Jolanta erzählt die Geschichte einer jungen Prinzessin, die blind geboren wird und von ihrem überfürsorglichen Vater König René in einem geheimen Garten vor der Welt verborgen wird, damit sie nie von ihrer Blindheit erfährt. Aber die Liebe macht König René einen Strich durch die Rechnung, indem der junge Ritter Boudemont in diesen Garten eindringt und das Ganze möglicherweise zu einem guten Ende führt. Wir freuen uns auf die Inszenierung des venezolanischen Regisseurs Carlos Wagner, der nach dem fliegenden Holländer und Verdi's Macbeth nun zum dritten Mal in Kiel inszenieren wird. Die musikalische Leitung liegt beim ersten Kapellmeister Daniel Kahlberg. Ja, und dann kommen wir noch zu einem Musical, das auch lange nicht in Kiel zu erleben war und das an Aktualität und Relevanz leider, muss man sagen, nichts verloren hat. Und das ist Anna Tefka von Jerry Bock, einem der großen Broadway-Hits der 60er Jahre. Ein Blick in eine leider unwiederbringlich verlorene Welt des jüdischen Lebens in Osteuropa. In dem kleinen Städtel Anna Tefka leben der jüdische Milchmann Tevye und seine Frau Golde mit fünf Töchtern zusammen. Sie haben ein nicht leichtes Leben in einer sehr judenfeindlichen Umgebung und das, was ihnen Stabilität in dieser unsicheren Situation gibt, ist die Tradition. Die Tradition, die unter anderem vorsieht, dass der Vater für seine fünf Töchter jeweils einen Mann aussucht, ganz im Gegensatz dazu, was diese Töchter selbst für ihre Zukunft vorgesehen haben. In den Hauptrollen erleben sie als Tevye und Golde die beiden Kammer-Sänger Jörg Zabrowski und Heike Wittlieb. Und die Regie übernimmt auch ein Kieler Debutant, der Hausregisseur des Landestheaters Salzburg, Marco Dott, ein Experte für unterhaltendes Musiktheater, auf den wir uns auch sehr freuen. Hier am Pult steht auch GMD Benjamin Reiners, denn er hat ein großes Faible für das Musicalrepertoire. Und das wollte er ja bereits mit My Fair Lady unter Beweis stellen in einer exklusiven Neuorchestration. Damit stehen wir in den Startlöchern. Wir haben es quasi zu Ende geprobt. Und sobald wir wieder spielen können, freuen Sie sich unter anderem auf My Fair Lady, genauso wie auf unsere Repertoire-Vorstellungen von Die Gärtnerin aus Liebe, vom Dschungelbuch, von Balkonien und Sekretärinnen. Last but not least möchte ich natürlich unsere Chorakademie nicht unerwähnt lassen, denn auch Sie stehen quasi in den Startlöchern. Im März 2020 wollten Sie mit einer wirklich spannenden Musical-Variante des hässlichen Endlines von Hans Christian Andersen herauskommen. Honk, anders als der Rest. Damit freuen wir uns, wenn Sie uns hoffentlich hier im Kieler Opernhaus dann in der Osterzeit vielleicht ein Vergnügen bereiten werden. Drücken Sie mit uns die Daumen, dass wir bald wieder für Sie da sein können, dass vieles, alles von dem, was ich Ihnen erzählt habe, Möglichkeit werden wird. Und dann, ja, kommen Sie gut ins neue Jahr. Guten Tag, ich möchte ganz gerne berichten, was das Ballett für die zweite Hälfte der Spielzeit plant. Und als erstes möchten wir aber ganz gerne mit einer Premiere, die eigentlich im November stattfinden soll. Und zwar, Jaroslav Ibanenko setzt den Roman, das Bildnis des Dorian Gray, in Tanz um. Er wählte dafür Kammermusik von Shostakovich, Chopin und Ludovico Einaudi. Und die wird live gespielt von Musikern des Wilharmonischen Orchesters. Das Bühnenbild und die Kostüme von Heiko Münich entführen uns in eine Welt der Spiegel und Eitelkeiten. Unsere zweite Premiere hat den Namen Herzenstücke, ein Tchaikovsky-Abend, und vereint nämlich die großen Ballette von Peter Tchaikovsky, Schwannsee, Nussknacker und Dornröschen. Jaroslav Ibanenko hat, brachte alle drei große Ballette in den letzten zehn Jahren auf die Kielebühne. Und hier möchte sie neu aufgreifen und Höhepunkte daraus gemeinsam an einem Abend veranstalten. Und die wunderbaren Tchaikovsky-Ballettmusiken werden vom Philharmonischen Orchester Kiel dargeboten. Unsere dritte Premiere heißt Stepping Forward – Junge Choreografinnen und ist ein Format, das Sie schon kennen. Und ja, die junge Choreografin gibt es schon seit acht Spielzeiten bei uns. Diesmal ist die Besonderheit, dass das Ganze auf der großen Bühne des Opernhauses stattfindet. Und leider muss ich bekannt geben, dass unsere vierte Premiere, die im Spielzeitheft abgedruckt wurde, entfällt erst mal 23, ein Jubiläumsabend wird auf der kommenden Spielzeit verschoben. Weiterhin möchten wir ganz gerne unser Solitärabend spielen. Und das Stück hatte im September Premiere gehabt und ist ein sehr persönlicher, sehr schöner Abend geworden und offenbart ein besonderes Bild der Ballettcompany. Und noch erwähnen möchte ich, dass im Frühjahr möchten wir sehr gerne unsere beliebte Ballettgale veranstalten. Herzlich willkommen auch von mir, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe jetzt das Vergnügen, Sie durch das Programm des Philharmonischen Orchesters in der zweiten Spielzeithälfte zu führen. Ja, zunächst einmal freuen wir uns sehr, dass wir den Beginn dieser ungewöhnlichen Spielzeit doch recht gut nutzen konnten und wirklich einige Veranstaltungen auch realisieren konnten und dass unsere Umplanungen so gut funktioniert haben. So durften wir zum Beispiel Beethovens 250. Geburtstag noch feiern, ein Familienkonzert mit unserem beliebten Elefantenpups, ein Phil-Extra-Konzert in den Stadtwerken und auch ein Programm zum deutsch-dänischen kulturellen Freundschaftsjahr 2020 realisieren. Ganz besonders schön ist dabei für uns, dass unser Publikum uns so zahlreich unterstützt hat und sich bei uns auch sicher und gut aufgehoben gefühlt hat, wie eine Umfrage der Musikfreunde Kiel und des Theaters aus den vergangenen Wochen zeigen konnte. Ja, aber wie geht's denn jetzt nun weiter mit dem Programm? Durch den erneuten Lockdown seit Beginn des Novembers mussten natürlich schon einige Konzertveranstaltungen ausfallen und wir tun im Moment unser Möglichstes, um viel von dem, was jetzt ausgefallen ist, noch nachholen zu können. Ganz besonders natürlich das philharmonische Debüt unseres diesjährigen Artist in Residence des Pianisten Fabian Müller. Das möchten wir Ihnen natürlich wenn möglich nicht vorenthalten. Aufgrund der vielen leider notwendig gewordenen Umplanungen werde ich im Folgenden nicht auf die einzelnen Konzerttermine eingehen, sondern Ihnen einfach einen inhaltlichen Ausblick geben auf das, was wir alles noch so für Sie vorbereitet haben. Angefangen bei einem barockklassischen Programm, das von der Violine ausgeleitet wird und zwar vom Konzertmeister der Kammerphilharmonie Daniel C. Peck, wird es dann über Sinfonien von Bruckner und Mahler bis hin zu einem philharmonischen Konzert zum Thema Umwelt gehen, wo wir unter anderem den virtuosen Alphorn-Solisten Akadi Schillklober und Bartox später noch Konzerte für Orchester auch für Sie vorbereitet haben. Außerdem wird am philharmonischen Pult zum ersten Mal seit 40 Jahren eine Frau den Taktstock führen und zwar die junge Dirigentin Johanna Malangre. Ebenfalls zu Gast ist dann bei uns der Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters Ivan Repusic. Einen weiteren Fokus bildet dann die deutsch-türkische Komponistin Zine im Altern, die wir in verschiedenen Formaten bei uns zu Gast haben werden. Zum einen im philharmonischen Konzert, aber auch im Familienkonzert und Schulkonzert, im Komponistenporträt sowie als Leiterin eines Ferienworkshops zum Thema Komposition. Ein ganz besonderes Highlight stellt dann der Saisonabschluss dar. Dort werden wir den Ausnahmegeiger Frank-Peter Zimmermann unter der Leitung unseres Generalmusikdirektors Benjamin Reiners wieder bei uns begrüßen dürfen. Dessen eigentlich ja für März dieses Jahres geplanter Auftritt bei uns musste coronabedingt entfallen und umso größer ist nun die Freude, dass er mit Schumanns geheimnisvollem Violinkonzert nun doch noch zu uns kommt. Außerdem hoffen wir sehr, dass wir nach dem 9. Philharmonischen Konzert dann auch für Sie hier oder mit Ihnen und dem Publikum gemeinsam Abschied feiern können. Von unserem Konzertsaal am Kieler Schloss und zwar mit Fest, Musik und Fischbrötchen. Wenn es dann wieder heißt, Phil feiert dieses Mal Abschied. Neben den philharmonischen Konzerten warten auch in der Reihe der Conspirito-Konzerte und der Phil Extra-Konzerte weitere Veranstaltungen auf ihre Erweckung aus dem Dornröschenschlaf. Darunter die beliebten After-Work-Konzerte in der Lille Brauerei, unser Konzert Philharmonie für Menschen mit Demenzerkrankungen, das Konzert Phil 3.0 im Computermuseum und natürlich auch die Familien- und Küsten-Kids-Konzerte. Wir hoffen sehr, dass wir das alles möglichst viel davon im nächsten Jahr realisieren können. Und nun wünsche ich Ihnen erstmal eine schöne, trotz allem schöne und vor allen Dingen gesunde Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis hoffentlich bald. Vielen Dank. Guten Tag, der Spielplan des Schauspiels. Und zwar beginnen wir natürlich mit den Dingen, die eigentlich schon im alten Jahr hätten Premiere haben sollen, die jetzt aber doch nicht haben und dann hoffentlich demnächst irgendwann kommen. Das erste ist Bin nebenan von Ingrid Lausund. Das sind ja eigentlich Monologe, Monologe für Zuhause von Leuten, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht draußen, sondern eher Zuhause oder in einem anderen Raum sind und wo wir die Möglichkeit haben, und der Zuschauer die Möglichkeit hat, denen durch Schlüssel noch zuzugucken. Und wir haben das halt in der Inszenierung von Annette Pullen zu einem großen Ensemblestück verwandelt. Das heißt, wir haben sehr viele dieser Monologe genommen, spielen insgesamt elf Leute mit und aus dem Monologen ist ein Großhaus-Rommel-Abend entstanden. Im Studio hätte Premiere haben sollen und hat wohl hoffentlich bald auch Country-Music von Simon Stevens. Simon Stevens ist ja in Kiel sehr bekanntermaßen sehr gepflegter und oft gespielter, mit Recht oft gespielter Autor. Und das ist ein älteres Stück von ihm, was wir eigentlich immer schon mal machen wollten, die jetzt die Gelegenheit ergriffen haben in der Regie von Lisa Gappel. Eine wirklich kurzen Shortcuts eines Lebens eines problematischen Jugendlichen, Jamie. Wir erleben vier Shortcuts aus seinem Leben von 18 bis 39 und dann wieder zurück zu 18. Und aus diesen vier Shortcuts ergibt sich eine ebenso poetische wie sehr bedrückende Sozialstudie. Das ist Country-Music in der Regie von Lisa Gappel. Das Weihnachtsmärchen ist dieses Jahr leider kein Weihnachtsmärchen geworden. Wir wollen es aber auf jeden Fall als Familienstück auf der Bühne im Opernhaus zeigen. Das ist der Zinnsoldat und die Papiertänzerin. Das ist von Roland Schimmelfennig. Und Roland Schimmelfennig hat das berühmte Andersenmärchen, der standhafte Zinnsoldat, neu überschrieben. Und eine wirklich, kann man sagen, traumschöne Geschichte daraus gemacht. Der Zinnsoldat steht auf dem Fensterbrett, fällt nach unten, fällt in die Kanalisation. Die Papiertänzerin fliegt aus dem Fenster, ist aus Papier, steigt nach oben. Und sie erleben dann jeder für sich sehr schöne, sehr spannende, sehr poetische Abenteuer, um dann am Ende vom Feuer gerettet wieder zusammenzukommen und endlich ein Paar sein zu können. Und diese beiden Außenseiter werden in Szene gesetzt von Nele Tippelmann. Und das sehr Besondere an diesem Stück ist, dass erstmals bei einem Märchen Livemusik bei uns auf der Bühne ist. Und zwar nicht irgendwelche Livemusik, sondern Livemusik von unserem Philharmonischen Orchester. Das sind die Stücke, die sie eigentlich schon kennen, die noch nicht gespielt wurden. Was sie jetzt noch nicht kennen, wir gehen jetzt, das ist aber wieder ein Stück von Roland Schimmelfennig, das ist Der Riss durch die Welt. Der Riss durch die Welt hat die Urführung im Münchner Residenztheater, einer der neuen Stücke von Roland Schimmelfennig, und beschreibt, das ist im Grunde eine Villa auf einem Berghang, eine sehr reiche Villa, wo sich zwei ein reiches Pärchen, ein Mobilfunkunternehmer und seine Frau immer Leute einladen. Die sind sehr kunstinteressiert und laden sich dann eine junge, wilde Künstlerin und ihren ebenso unangepassten Freund ein. Zunächst ein Stück über eine Kommunikation, die immer wieder scheitert, aber dann wird es irgendwie merkwürdig. Der Handyempfang funktioniert da nicht. Es gibt eine Haushälte, die immer so Visionen hat, das Frosche regnen und man weiß nicht ganz genau, was passiert hier eigentlich. Ist das eine Kunstinstallation? Ist das vielleicht, weil sehr viel Alkohol geflossen ist, eine Einbildung? Oder passiert hier gerade die Apokalypse? Also ein typisches, auch im magischen Realismus, ein rutsches Stück von Roland Schimmelfennig, was in der Regie von Ulrike Mark dann hoffentlich zur Premiere kommen wird. Dann kommen wir zu Mars for Mars. Mars for Mars reiht sich ein in unsere Reihe von großen Shakespeare-Inszenierungen, wieder in der Regie von unserem Generalendaten Daniel Karaset. Das ist Mars for Mars sicherlich einer der abgründigsten Komödien von Shakespeare, die immer so auf der Kippe zwischen Komödie und Tragödie tanzt. Das spielt in Wien, in einem fiktiven Wien. Der Herzog Vincenzo, dem sind die Sitten da so ein bisschen lose. Und deswegen bestellt er seinen sehr sittenstrengen Verwalter, Angelo, und zieht sich selber zurück und lässt den regieren und beobachtet es aber heimlich als Mönch verkleidet. Aber Angelo verfällt dann, so sittenstrenger ist dann, seinen eigenen sexuellen Begierden zu Isabella, einer Frau, die Schwester von einem Typen, der heißt Claudio und der wurde zu Tode verurteilt. Von ihm, weil er angeblich sich sittenlos und nicht moralfest verhalten hat. Und dann geht natürlich endgültig, Wincenzo spinnt im Hintergrund die Fäden und letztlich kommt natürlich am Ende aber ganz knapp, am Ende geht alles gut aus. Und natürlich eine immer noch sehr aktuelle krasse Parabel über Macht und Moral und vor allem über Schein und Sein und über das, was eigentlich hinter unseren Moral festgefügten Kriterien eigentlich steht und lauert. In der Inszenierung von Daniel Karaset, Mars for Mars. Dann die nächste Studio-Inszenierung, das ist Alice, Alice im Wunderland, aber nicht das Märchen Alice oder die berühmte Geschichte Alice von Lewis Carroll, die wir kennen, sondern zum ersten Mal bei uns arbeitet die Regisseurin Anna Frick, vielleicht hier auch bekannt, weil sie auch im Landestheater in Flensburg schon Dinge gemacht hat, nämlich Hamlet und Faust. Und Anna Frick geht auf sehr besondere Weise mit so großen Stoffen um. Sie macht eben Stückentwicklung. Sie benutzt diesen großen Stoff eigentlich nur als Folie. Also wir werden nicht Alice im Wunderland, so wie es im Buch von Lewis Carroll beschrieben ist, sondern diese wundersame Geschichte von Alice als Folie benutzt, um eine eigene Stückentwicklung zu machen, die darum geht, was man eigentlich versuchen kann, was man sich wünschen kann und was man vielleicht verwirklichen kann, obwohl es eigentlich gar nicht möglich ist. Wie zum Beispiel, wie bei Alice bekannt ist, zu schrumpfen, zu fliegen, eine Herzkönigin zu sein, die eigentlich nur eine Spielkarte ist. Und all diese Leidenschaften und Begierden, die man unbedingt erreichen will, aber eigentlich nach physikalischen Selbstmäßigkeiten gar nicht kann, die sollen in dieser Stückentwicklung untersucht werden. Es wird für drei Frauen vorgesehen und wird im Studio dann zur Uraufführung tatsächlich kommen. Danach wollen wir noch in der Regie von David Schatz-Kasti uns Michael Kohlhaas annähern, also der berühmten Novelle von Kleist in einer eigenen Fassung, die wir erstellen, eine Theaterfassung, die mit sechs Personen und sehr musikalisch, so viel wissen wir schon, diese berühmte Novelle um die Frage von Selbstjustiz, um Gerechtigkeit, um wie viel Gewalt ist legitim, um seinen eigenen moralischen Anspruch durchzusetzen. Diese auch, gerade wenn man sich umguckt, so gerade in der Welt, auch unabhängig vom Coronavirus, aber auch gerade mittendrin bleibt Michael Kohlhaas von Kleist von nahezu erschreckender Aktualität und diese sehr, sehr berühmte sprachwuchtige Komödie. Die Novelle wird von Dario Schatz-Kasti in 10. gesetzt. Dann proben wir noch etwas, sobald wir wieder proben dürfen. Was wir rausbringen, kann man eigentlich zu jeder Zeit rausbringen und darf eigentlich auch in keinem Spielplan fehlen. Wir wollen es immer schon mal tun. Wir machen es jetzt. In der Regie von Dario Karasek, Shakespeare gesammelt, Werke leicht gekürzt. Drei Menschen stehen auf der Bühne und haben den Anspruch, in einer leicht gekürzten, also knapp eine Stunde lang wehrenden Version dem Publikum, sämtliche Werke von Shakespeare zu präsentieren, damit sie sagen, okay, wir sind eine Stunde im Theater und dann kennen wir alles von Shakespeare. Das kann natürlich nur gekürzt sein. Und je gekürzt das ist, desto komischer wird es natürlich. Ein berühmter englischer Komödieklassiker, den wir einstudieren und wann immer es klappt, dann schnell zum hoffentlich Amusement des Publikums auf die Bühne bringen können. Also, All das Schöne, unsere dritte Studioproduktion. All das Schöne ist ein Stück von Duncan Macmillan, ein irischer Gegenwartsautor, und es ist ein wunderschönes Stück, wo es ein sehr krasses Thema hat, nämlich das Thema Depression. Ein kleines Mädchen, das beginnt aufzuschreiben, was es das Leben lebenswert und schön macht. Es ist eine ganz lange Liste, die natürlich bei einem kleinen Mädchen von Eiscreme über Puppen und Süßigkeiten geht, aber sie wird eben erwachsen und das Besondere ist, Zeit ihres Lebens ergänzt sie diese Liste und sie ergänzt sie mehr und mehr auch deswegen, weil ihre sehr schwer Depression erkrankte Mutter, der will sie halt versuchen, durch diese Liste Lebensmut zu geben und immer wieder zu zeigen, was das Leben lebenswert macht. Und dieses Stück nähert sich auf eine sehr schöne, sehr poetische und auch sehr komische Weise in diesem schwierigen Thema Depression und macht, ohne es zu verharmlosen, eine große Leichtigkeit. Diese Stücke wird von Josa Rösing inszeniert, den Sie aus der Studieinszenierung Amsterdam vielleicht schon kennen und wird es vor allen Dingen, es ist ein Solospiel von zwei Personen mit, aber die Haupttext liegt bei Arnold Schmidt. Insofern ist es ein großes Solo für unsere Klammer-Schauspieler, eine schöne von Duncan Macmill im Studio. Das war der Schauspielspielplan, der 2021 hoffentlich genau so an irgendeinem Datum in die Tat umgesetzt wird. Im Jungen Theater im Werftpark planen wir für die zweite Hälfte dieser laufenden Spielzeit nochmal drei Neuproduktionen. Und alle drei Neuproduktionen beschäftigen sich mit verschiedenen Perspektiven aus verschiedenen Zeiten. Und eine davon hat den Titel Jugendzimmer, also ein Raum, der allen, glaube ich, gut bekannt ist noch oder gerade bekannt ist, weil man drinnen lebt. Und das wird ein Liederabend, dieses Jugendzimmer. Und wir gehen mit Simon Burkhardt in sein fiktives Jugendzimmer zurück und schauen uns an, was in dieser Zeit alles passiert ist, wie dieser eine Raum die ganze Welt bedeutet hat und dieser eine Raum ihn eingeladen hat vom großen Reisen, von der großen Zukunft und aber auch von kleinen Lieben und vielen anderen schulischen und elternbezogenen Dingen, wie dieser Raum ihn beschäftigt hat und wie er das musikalisch auch mit uns dann aufbereitet auf der Bühne. Das wird ein Liederabend-Jugendzimmer. Dann beschäftigen wir uns in dem Stück bzw. der Bearbeitung des Romans Deutschstunde von Sigrid Lenz, den Johannes Ender übernehmen wird und auch wirklich die Passung machen wird, beschäftigen wir uns mit Siggi, der in einer Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche ist und eine Aufgabe bekommt, einen Aufsatz zu schreiben, einen Aufsatz über die Freude an der Pflicht. Siggi schreibt erstmal nichts. Er gibt ein leeres Heft ab und daraufhin kommt er in einen Arrest, bis er etwas geschrieben haben soll. Am Schluss schreibt er sehr, sehr viel. Er setzt sich auseinander mit der Vergangenheit seiner Familie im Nationalsozialismus, mit der Position seines Vaters, der als Dorfpolizist in einem fiktiven Dorf in Schleswig-Holstein die Aufgabe bekommen hatte, einen Maler zu überwachen und dessen Berufsverbot zu überwachen. Und Siggi setzt sich auseinander eben mit dem Thema der Pflicht, der Pflicht zum Gehorsam und aber auch der Pflicht zum Widerstand. Wie gesagt, Johannes Ender macht die Fassung und Johannes Ender wird auch Regie führen bei dieser Produktion. Die dritte Produktion geht auch ein Stück in die Vergangenheit, obwohl sie ihm heute spielt, trägt den Titel Wolfgang Wunderkind, ist für ein Publikum ab fünf Jahren und beschäftigt sich mit Mozart. Wir begeben uns in eine Ausstellung, in eine multimediale Ausstellung, in der wir Mozart begegnen, der tatsächlich in einer Form ausgestellt ist, in der er gerade mal zehn Jahre alt ist und überraschenderweise lebendig wird und sich mit uns eigentlich auf die musikalische Suche seiner Anfänge und auch seiner großen Opern begibt. Geschrieben hat das Stück Christian Himmelbauer und der wird auch das Stück inszenieren. Das sind unsere drei anstehenden Premieren. Ansonsten läuft vieles aus dem Beginn dieser Spielzeit auch natürlich weiter. Und für die beiden großen Stücke Deutschstunde und Wolfgang Wunderkind werden wir unseren Bühnenraum noch einmal umgestalten, sodass wir ganz gute Möglichkeiten bieten können, sowohl für die Schauspielerinnen als auch für Sie als Zuschauer, dass wir uns wieder ganz sicher etwas näher kommen können. Einfaches Wunderkind Einfaches Wunderkind Untertitelung des ZDF, 2020